Norddeutscher Rundfunk 2021 Das sind die geilsten Freunde, die man sich wünschen kann. Freundschaft? Ich kann das nicht definieren. Freundschaft? Freundschaft? Nein, ich kann Freundschaft nicht definieren. Kannst du das? Ja, ich liebe. Aber es ist so ein bisschen wie bei Familie einfach. Meistens wird ja gar nicht so wahnsinnig viel über sich selbst definierende Sachen geredet, sondern man ist einfach zusammen. Zeit verbringen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dass man so sein kann, wie man ist, dass man sich nicht verstellen muss, um irgendwas zu erreichen. Das ist für mich Freundschaft. Wir machen viel Blödsinn, spielen ständig irgendwelche blöden Spiele in den Pausen. Und es ist sehr kurzweilig alles. Macht Spaß. So viele Freunde? Ne, man hat ja generell glaube ich nicht so viele Freunde, wenn ich jetzt nicht von Facebook-Freunden ausgehe. Man hat wenige gute Freunde und mit denen teilt man ja so ein Leben. Das ist schon sehr eng, sehr wichtig. Die Mehrheit meiner Freunde habe ich tatsächlich teilweise wirklich noch aus dem Kindergarten, dann Grundschule und so aus der Schule. Bei mir ist es bei den besten Freunden so, dass wenn ich sie, egal wie lange ich sie gesehen habe, wenn ich sie wiedersehe, ist man sich sofort wieder nah. Und das ist wichtig in dem Job, weil man sich oft lange nicht fühlt. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Das ist gut. Ich bin ein bisschen zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020